6. Kapitel Roberto Assagioli über Psychosynthese und Willensakt von Martin Euser August 2020 Einführung In diesem Artikel, der aus alten Blog-Beiträgen von mir herausgegeben wurde, gehe ich kurz und informell auf den faszinierenden Weg vom Wunsch zur Realität ein. Es gibt einige Autoren, die darüber geschrieben und Vorträge gehalten haben, insbesondere in New-Age-Kreisen, der Hype um das Gesetz der Anziehung. Ich beziehe mein Material jedoch aus anderen Quellen, Roberto Assagioli, dem italienischen Psychiater, der den Grundstein für die Psychosynthese legte, und auch aus der mehrjährigen Tradition. Dies legt die Grundlage für die Heilung des eigenen Gebrochenen Selbst sowie der Welt im Allgemeinen, wenn genügend Menschen diesem Weg folgen. Ich werde in den Schlussbemerkungen ein wenig mehr zu diesem Thema sagen. Besonders interessiert mich Assagiolis Werk Act of Will, in dem er die Schritte bzw. Phasen des Prozesses des aktiven Willens darstellt. Beachten Sie, dass ich mich nicht mit dem Gesetz der Anziehung befasse, da es viel zu egozentrischer Natur ist, es geht nur darum, persönliche, oft materialistische Ziele zu erreichen. Genau Dinge, die unseren Lebensraum zerstören. Dabei wird oft die Frage vergessen, sind meine Wünsche gut für die Gesellschaft als Ganzes? Tragen Sie dazu bei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, um es gelinde auszudrücken, nachhaltig, oder fröne ich nur Fantasien und Wunschdenken. Ganz zu schweigen davon, dass manche Wünsche für den Betroffenen möglicherweise nicht sehr gesund sind oder nicht mit den tieferen Schichten der Psyche übereinstimmen. Auf einer tieferen Ebene könnte man sagen, dass die Ganzheit des Geistes und die Psychosynthese mit einem natürlichen Prozess zu tun haben, ihre Fähigkeiten auszudrücken und ihr Potenzial für das Allgemeinwohl zu verwirklichen. Die Integration von Elementen der Psyche des Selbst ist involviert. Will ist eine der beteiligten Kräfte. Phasen des Willensaktes Will ist ein sehr interessantes Thema. Jeder von uns hat einige Erfahrungen mit dem Willensakt und kann auf diesem Gebiet experimentieren. Der Prozess des aktiven Willens ist sehr komplex. Es wird von Roberto Assagioli in seinem Buch Act of Will beschrieben. Ich kann es hier nicht im Detail behandeln. Ich werde jedoch die Schritte oder Phasen des Willensprozesses erwähnen. Beachten Sie, dass dieser Prozess etwas fließend ist, da sich Stufen oder Phasen leicht überlappen und allmählich ineinander übergehen können. Es wird einige Schleifen zwischen den Phasen geben, die hin und her gehen. Der Entscheidungspunkt ist jedoch in der Regel ein klarer Zeitpunkt. Aus meiner niederländischen Kopie von Assagiolis Buch umgekehrt übersetzt, haben wir Erstes Ziel oder Zweck, basierend auf Wertschätzung, Motivation und Intention. Zwei Beratung Dritte Auswahl und Entscheidung Vierte Verstärkung Befehl oder Fiat des Willens Fiat Let it be done Fünfte Planung und Ausarbeitung eines Programms Sechster Kontrollausführung Dies ist der Vorgang des Willens in seiner vollständigen und idealen Form. Anmerkungen, basierend auf Assagiolis Behandlung des Themas Erster Ein Ziel muss erreicht werden Man muss ein Ziel oder ein Ziel klar definieren Realisieren Einige Autoren nennen Begierde oder Wunsch als Ausgangspunkt. Ich interpretiere das als ein tief empfundenes Verlangen, etwas Wertvolles zu erreichen. Einfache Bedürfnisse sind eher biologischer Natur und werden hier nicht behandelt. Daran ist die Kraft der Vorstellungskraft, Ideenbildung, Vision, Formung eines Keimgedankens, beteiligt. Das reicht nicht, um die Dinge in Gang zu bringen. Eine Gesamtvision ist nur ein Ausgangspunkt. Eine Bewertung oder Bewertung des Zwecks endet zwangsläufig in einem Urteil. Dann muss ein Motiv generiert werden, das einen Antrieb und eine Absicht gibt. Um dieses Ziel Ziel zu erreichen Ein Motiv ist eine dynamische Sache. Es wird durch die Werte generiert, die wir den Zielen zuschreiben, die wir erreichen wollen. Wir sehen oder glauben, dass das Ziel erhaben, notwendig und so weiter ist. Zweiter Da es viele Ziele gibt, müssen wir uns zwischen ihnen entscheiden. Dieses Unterscheidungsvermögen Unterscheidungsvermögen, Klarheit des Geistes, ist notwendig. Die Mitteilung unserer Wünsche und Ideen an andere kann uns Feedback geben, was manchmal zu einer Anpassung des Ziels und des vorläufigen Plans führt. Dritte Überlegung muss zu Auswahl und Entscheidung führen. Man muss alle in Phase zwei genannten Punkte vervollständigen, integrieren und zu einer Entscheidung kommen. Vierter Dann kommt die Verstärkung der Wahl und Entscheidung. Dies aktiviert Die dazu nötigen kreativen und dynamischen Energien. Ziel Ziel Das Bild des Kommenden wird nun dynamisch. Es wird durch unsere Absichten und Werte aufgeladen oder gefärbt. Fünfte Planung und ein Programm werden benötigt. Umsetzungsmethoden werden diskutiert. Spiele wie Überlegungen zu Zeit, Umständen, Bedingungen. Sechster Abschließend erfolgt die Kontrolle der Umsetzung. Will ist wie ein Theaterregisseur. Es ist der Moderator des gesamten Prozesses. Mir scheint, dass die ganze Bandbreite menschlicher Funktionen betroffen ist. Prozess Vom Willen über die Vorstellungskraft zur Motivation bis hin zur Diskriminierung. Planung bis hin zur körperlichen Handlung selbst. Sehr beeindruckend Die körperliche Leistung selbst, die Sensomotorik, ist keine Funktion des Willens, wohl aber die Beherrschung dieses Teils. Hinweis Eine Anpassung eines Plans ist häufig erforderlich, da sich Umstände und Umstände während der Ausführung dieses Plans ändern können. Ausdauer und Improvisationstalent sind ein Muss. Die letzte Phase, die von Asagiolin nicht erwähnt wird, besteht darin, die Früchte ihrer Arbeit zu erhalten, das Erreichte zu schätzen, sich zu entspannen, auszuruhen und loszulassen. Der niederländische Autor Marinus Knope, der Entdecker der schöpferischen Spirale, die aus zwölf Schritten besteht, nennt diese drei Schritte, von den zwölf, oder Phasen in seinem Buch. Seine Arbeit wird jetzt verwendet, um Kindern und Erwachsenen zu helfen, ihre Träume oder Wünsche in Schulen und Gemeinden in den Niederlanden zu formulieren. Es wird auch von einigen Beratern in der Transformationsarbeit im Unternehmensumfeld eingesetzt. Knope erwähnt auch kurz, dass es möglicherweise bei jedem Schritt Blockaden geben kann und wird, die als negative Emotionen bezeichnet werden, aber sie können eine Quelle der Stärke sein, und behandelt sie in gewissem Umfang in seinem neuesten Buch. Er argumentiert, dass diese Emotionen eine wichtige Rolle spielen, da der kreative Prozess von Paradoxien umgeben ist. Menschen haben oft Schwierigkeiten, ihre tiefsten Wünsche zu entdecken oder anzuerkennen, sie zu formen und haben oft kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder in die Unterstützung ihres Netzwerks. Bei anderen Blockaden kann man an Menschen denken, die sich nicht entscheiden können, Menschen, die nicht durchhalten können, Menschen, die nicht teilen und kommunizieren können. Mir scheint, dass sein Zwölfstufenkreis, wie Assagiolis Schritte oder Phasen, als diagnostisches Werkzeug verwendet werden kann. Dazu könnte ein Fragebogen entwickelt werden. Assagioli behandelt einige dieser Probleme in seinem Werk Psychosynthese und gibt auch eine Reihe von therapeutischen Übungen. Eine Vision zur Manifestation bringen Das Diagramm fasst den Prozess des aktiven Willens zusammen. Man sieht, wie der Mensch durch einen tätigen Willen die Sphären des Sehens, Denkens und Handelns im Akt der Schöpfung, Gestaltung, verbindet. Beispiel, eine gut entwickelte Vision einer zu verwirklichenden harmonischen Welt, verbindet die beiden Pole. Das Diagramm fasst den Prozess des aktiven Willens zusammen. Man sieht, wie der Mensch durch einen tätigen Willen die Sphären des Sehens, Denkens und Handelns im Akt der Schöpfung, Gestaltung, verbindet. Beispiel, eine gut entwickelte Vision einer zu verwirklichenden harmonischen Welt, verbindet die beiden Pole. Zweck und Bedürfnis bzw. Notwendigkeit Eine Verbindung zwischen dem Reich der Möglichkeiten und dem Hier und Jetzt ist hergestellt, jedenfalls wenn konkrete Schritte unternommen werden, um die Vision zu verwirklichen. Mit anderen Worten, was sein kann oder sein sollte, und bereits als Idee oder Keimgedanke in der mentalen Sphäre existiert, hat jetzt einen Weg ins Hier und Jetzt durch die Formende und physische N-Ebene N. Es ist die Magie der Schöpfung. Es ist Kontemplation und konsequentes Planen und Handeln kombiniert. Es beinhaltet die Erdung spiritueller Kräfte, um sie in die Lage zu versetzen, ihre transformative Arbeit hier auf der Erde zu tun. Diese Arbeit kann alles sein, von der Entwicklung alternativer Geldsysteme bis hin zum Aufbau eines gesunden Ökosystems und so weiter. Natürlich wird erhabene Arbeit auf Widerstand in der Gesellschaft stoßen. Eigeninteressen werden versuchen, ihre Arbeit zu vereiteln. Die Notwendigkeit, eine Basis interessierter Mitarbeiter aufzubauen, erscheint mir klar. Das obige Diagramm betrifft hauptsächlich die Arbeit von Roberto Assagioli. Hier habe ich ein Modell entworfen, das aus vier verschachtelten Schichten besteht, wie im Bild gezeigt, mit einem vorläufigen Bild der sechs Stufen des aktiven Willens. Das Bild zeigt die gegenseitige Durchdringung von Ebenen oder Sphären, in denen Psyche Verstand operiert. Es ist kein Schichtkuchen. Es kann wie folgt interpretiert werden, der Mensch sehnt sich nach etwas, hervorgerufen durch einen Gedanken, dies ist die erste Stufe, in der auch die Imagination stattfindet. Es befindet sich in der menschlichen Psyche und interagiert mit der Welt der Ideen, Gedanken und so weiter. Die Art und Weise, wie ich dies formuliert habe, bedeutet, dass ich in diesem Diagramm nicht zwischen hohen Ambitionen, die die höheren, transpersonalen Schichten des Geistes erreichen, und mehr unterscheide. Persönliche Wünsche, die nur in unteren Schichten funktionieren. Die zweite Ebene zeigt Kommunikation, Vernetzung, Beratung, Wertschätzung und Auswahl. Dies betrifft zum Teil eine Interaktion mit der Außenwelt, dem sozialen Umfeld im weiteren Sinne. Es beinhaltet auch einen Bewertungs- und Entscheidungsprozess. Feedback und Input aus der Umgebung spielen dabei eine Rolle. Dies wurde oben beschrieben. Für alle Levels nach Level, oder Stufe, 1 gibt es eine Flut von Kräften von einer Ebene zur nächsten. Die Ebenen durchdringen und schwingen bis zu einem gewissen Grad mit. Die positive Wahl, go for it, do it, betrifft die Zustimmung, Fiat, des Willens. Fiat bedeutet es werde. Dieses Fiat aktiviert, motiviert, organisiert Lebenskräfte, in der hinduistischen Tradition Pranas genannt, die sozusagen zur nächsten, dritten, Schicht und Stufe des kreativen Prozesses fließen, Planung, Organisation und so weiter, die mit dem Machen von Drehbüchern oder Blaupauseln zu tun haben, Strukturierung des ausführenden Handelns. Diese Phase ist sehr leicht zu erkennen, wir alle hatten Ideen, die wir geplant haben. Wenn Sie etwas Sensibilität haben, haben Sie den Energiefluss beobachtet, der mit der Planung einhergeht. Manager zeigen oft viel Lebensenergie, beschäftigt mit der Organisation. Das Gestalten und Strukturieren oder Planen von Events erfordert einen flexiblen Geist. Control, Follow-up, Feedback, Adapt, sozusagen. Man muss die Möglichkeiten sehen, die vorhanden sind oder sich ergeben, und die notwendigen Ressourcen sammeln, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das beginnt bereits auf der zweiten Ebene, wo man die Vor- und Nachteile der gehegten Ideen abwägen muss, und wird in dieser Phase dringlich und aktuell. Die vierte Schicht betrifft die Kontrolle, Steuerung, der Umsetzung. Eine Überwachung der auszuführenden Aufgaben ist erforderlich. Diese Phase fasst die zuvor vorbereiteten und geplanten Teile und Phasen der Umsetzung zusammen. Feedback entsteht, wenn Korrekturen in der Ausführung und im Plan für notwendig erachtet werden. Diese Phase vereint die Einflüsse aller vorherigen Ebenen. Widerstände und Trägheit auf dieser Ebene, wie auch in der Planungsorganisationsphase, können aufgrund vieler Faktoren vielen Kopfschmerzen bereiten. Flexibilität ist gefragt. Wenn Sie etwas auf eine Weise nicht tun können, versuchen Sie es auf eine andere Weise. Lernen Sie verschiedene Möglichkeiten zu sehen, etwas zu tun und Ihre Ziele zu verwirklichen. Wenn man ein Ziel, oder einen Teil eines Ziels, verwirklicht, wird man daraus eine gewisse Befriedigung ziehen. Wenn die Dinge nicht ganz so laufen, wie Sie es erwartet haben, müssen Sie wahrscheinlich eine Lektion lernen. Einige Schlussbemerkungen Der obigen Beschreibung des Prozesses des aktiven Willens könnte noch viel hinzugefügt werden. Zunächst eine Ausarbeitung dessen, woraus der Wille besteht, sein ontologischer Status. Es sieht sicherlich wie eine führende Kraft aus, also muss es beträchtlich sein. Die Weisheitstradition hat viel zu diesen Themen zu sagen, einschließlich der Natur von Gedanken als Präsentationen und nicht als Repräsentationen, der Beobachtung des Bewusstseinsflusses und wie man seinen Geist auf tiefere oder innere Schichten des Seins lenkt. Resonanz mit dem höheren Selbst kann durch bewusste Anstrengung erreicht werden. Das ist ein ganzes Kapitel für sich. Es geht um den Einsatz von Vorstellungs- und Willenskraft und oft auch um konzentrierte Gruppenarbeit, um ein dynamisches Gedankenfeld zu bilden. Es beinhaltet sicherlich eine vollständigere Manifestation des eigenen inneren charakteristischen Musters. Es ist der Weg, sich mit ihrem Inneren selbst auszurichten, ein Ziel der Psychosynthese, und so zu einer Kraft zu werden, die Ganzheit in und auf diese Welt bringt. Dieses wichtige Thema wird in meinem Buch, im zweiten Artikel, ausführlich behandelt. Dieses Wissen ist heute so wichtig wie eh und je und wahrscheinlich dringender denn je in der Menschheitsgeschichte.